Hallo zusammen, Ai Zocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Andere Interessen und zwar es ist eine dritte Version, die ich entdeckt habe, was es von dieser Quest gibt. Bei dieser hier darf man fünf besonders dichte Steine abgeben bei, wie bei allen anderen Versionen von dieser Quest, Stahlweiser Gao in Mechagon, an dieser Position und auch wie bei den anderen Versionen darf man sich erst mal nach Nazjatar begeben. Ihr könnt euch entweder nach Bovalus porten oder den Flugpunkt benutzen oder es so wie ich machen, ich porte mich nach Sturmwind und von dort nach Bovalus. Mache die Quest mit einem Allianz Charakter, es wird aber auch eine Horde Version geben. Da bin ich auch schon, wieder normalen Umhang anziehen, Portal nach Bovalus und danach Nazjatar. Und bei dieser Quest muss man ziemlich viele Sachen kaufen, verkaufen und so weiter. Ihr werdet es sehen. So, fangen wir an. Davor noch der Hinweis, sollte euch das Video helfen, dürft ihr gerne einen Daumen hoch heben und oder meinen Kanal abonnieren, würde mich sehr freuen. Mache auch nur das Video, weil seit dem Nazjatar Petsch, glaube gute 400 Abonnenten dazugekommen sind und ich dachte mir, okay, wenn ihr das für mich macht, mache ich noch ein extra Video zur dritten Version. Bei diesem Gürmürgel darf man 105 platulente Fische kaufen, falls ich mich nicht verrechnet habe. Wir sehen gleich, ob es sich ausgeht. 105. Okay. Dann geht man zu diesem Mörblock NPC hin. Der hat Glas mit Fischgesichtern. Davon braucht man 15. 10. So, das war in dieser Position, hier in der Mitte. Sobald man das hat, läuft man zu diesem Mörblock Händler, der füllt Gürbel und kauft 15 Taschen mit wer weiß was. Und wir sehen, die Fische sind weg. Es ging sich genau aus. Sobald man das Zeug hat, also 15 Glas mit Fischgesichtern und 15 Taschen mit wer weiß was, darf man zu dem Händler, der hier im Kreis rumläuft. So, der Mörgül. Und hier kann man die besonders dichte Steine kaufen. Davon braucht man ja 5 und man braucht pro Stein 5 Taschen und 5 Gläser. Also 5 mal 2 ist jeweils 15. Ich habe jeweils 15. 15. Komm. Ja, mache ich es halt so. Ah, man kann nur 5. Quatsch. Wieso wollte ich jetzt 15 kaufen? Ich wollte 5 kaufen. Und wenn man zu lange braucht, läuft er wieder weg. So. Genau, ich benötige 5. So. Ja. Nun darf man sich zurück nach Mehergon begeben. Also Portal nach Povallus. Ich starte noch den Flug und melde mich dann sobald ich im Landeanflug bin. So. Ab nach Mehergon. Also bis gleich. Da bin ich auch schon gelandet. War kurzer FK und in der Zeit bin ich halt gelandet. So. Ich fliege hier die Wege nach, damit ihr es besser nachverfolgen könnt. Quest ist dann abzugeben bei Stahlweiser Gao in Mehergon an dieser Position. Danke fürs Zuschauen. Hoffe mein Video konnte euch helfen. Ciao. 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 Ciao.